Nein, der Hammer ist ja wohl, dann hat er mir was von seiner Scheidung erzählt und dass es ihm so schlecht geht und so dreckig und voll das intime Zeug und was nicht alles. Das ist doch nicht mein Problem, entschuldigen Sie mal. Also wenn Ihre Mitarbeiter sich trennen, dann schicken Sie die gleich zu den Kundinnen oder was, ja? Machen Sie das immer so bei Ihnen, ja? Aha, ist ja interessant, ja? Der Hammer ist ja noch, nee, jetzt hören Sie mir mal zu, ich bin noch nicht fertig, ja? Der Hammer ist ja wohl, dass Sie mir jetzt auch noch das Telefon abgestellt haben. Weil ich angeblich im Rückstand bin, im Rückstand, ja? Was soll denn das bitte heißen, im Rückstand? Ich meine, bitte? Ja, das haben Sie mir so begründet, im Rückstand. Ich meine, bin ich in Fußballspielen oder was, wo alle reintreten dürfen? Ich komme mir langsam mal so vor, ja? Grotesk, das ist alles, was Viktor von Falk einfällt, als er seine Auftraggeberin zum ersten Mal sieht. Die mechanische Frau, wie sie wegen ihrer Prothesen im Viertel genannt wird, macht ein gutes Geschäft. Es gibt auch haufenweise Typen, die noch immer für technisches Spielzeug schwärmen. Und bei ihr können Sie schließlich beide Hobbys kombinieren, ficken und basteln. Viel hatte sie dem Detektiv nicht über ihren Verlobten verraten, nur, dass er hier in St. Georg einen Job zu erledigen hatte, über den Sie nichts wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017